Hallo, hier ist Benjamin Mayer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch bewusst. Hier geht es um Spiritualität und um Naturkräfte. Ich höre immer wieder mal folgende Bedenken, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, eine schamanische Ausbildung zu machen. Die lauten so. Bevor ich andere heilen kann, muss ich da nicht selbst erstmal so komplett geheilt sein? Und auf diese Frage gehe ich in dieser Folge ausführlich ein. Ich starte mal mit einer Gegenfrage. Achtung. Ein Arzt, der chronisches Sodbrennen hat? Kann der seinen Patienten nicht mehr helfen bei ihren Krankheiten? Muss der seinen Job dann an den Nagel hängen? Das ist eine komische Frage. Ich weiß, natürlich kann der helfen. Natürlich kann der weiter als Arzt arbeiten, auch wenn der quasi eine chronische Erkrankung hat. Fragen wir nochmal ein bisschen weiter. Was ist mit dem Arzt, der übergewichtig ist und einen hohen Blutdruck hat? Kann der dann seinen Patienten noch helfen überhaupt? Also geht das? Kann der noch als Arzt arbeiten? Oder wie macht der das? Also natürlich kann der das, wenn der das halt kann. Da muss man fragen, ja, aber warum kann der das? Der ist doch selber krank. Wenn der selber krank und der krank hält hat, wie kann der dann kranken Menschen helfen? Und wenn der der Arzt jetzt oder ein anderer Arzt chronische Rückenschmerzen hat, kann der dann noch mit dem Stethoskop das Herz seines Patienten abhören? Oder kann der dann noch seinen Patienten die richtigen Medikamente verschreiben? Du merkst, dass das klingt irgendwie alles sehr absurd. Ja, was stellt er da für komische Fragen? Aber das beantwortet alles irgendwo die ursprüngliche Frage. Erstmal indirekt. Ich gehe noch ein bisschen weiter darauf an. Stellen wir uns mal die Frage, was ist denn Heilung? Wer ist denn komplett heil oder komplett geheilt? Ab wann ist man geheilt? Wie definiert man das? Wenn man sich eine Weile mit der Frage beschäftigt, da merkt man, dass es keine einfache Antwort darauf gibt. Das ist eine recht offene Frage und das kann man unterschiedlichst beantworten. Aber gängig ist natürlich, der ist heil oder geheilt, der nicht an etwas leidet. Man könnte ja auch sagen, der ist gesund, der nicht an etwas leidet. Oder anders, heil ist derjenige, der keine Krankheitssymptome hat. Da muss man jetzt aber fragen, ab wann jetzt, eine Art Unwohlsein ein Krankheitssymptom ist. Und wer legt fest, ab wann etwas krank ist oder bis wohin einfach etwas, eine Art Ungleichgewicht ist oder ein Unwohlsein. Das geht ja auch von subjektiv empfundenem Leiden. Wo jemand sagt, der eine sagt, ich bin krank und der Nächste sagt, der hat vielleicht genau das Gleiche und sagt, nö, bin ich krank. Das geht ja bis hin zu internationalen Klassifikationen von Krankheiten, also ICD. Noch eine Frage, was ist eigentlich mit jemandem, der Zöliakie hat, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ein Leben lang schon und findet keine Besserung, aber der ist ein sauguter Masseur und kann anderen die Rückenverspannung wegzaubern wie kein Zweiter. Wie macht der das denn, wenn der selber nicht geheilt oder heil ist und kann anderen helfen, Heiler, gesünder zu werden, Leiden zu verringern? Hä? Wie geht das? Absurd, ne? Die Frage. Also natürlich geht das, ja. Sehr klar. Okay. Also man kann auch sagen, Heil ist der, der sich heil fühlt oder gesund ist der, der sich gesund fühlt. So, weil das ja am Ende was Subjektives ist, ja. Oder wie man damit umgeht. Aber was, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich heil fühlt, auch laut internationaler Klassifikationen von Krankheiten gesund ist, keine Krankheiten hat und er isst jetzt was und verträgt das nicht und er leitet mit Bauchschmerzen. Dann ist er ja nicht mehr heil, zumindest kurzzeitig nicht. Da ist er ja irgendwie krank. Und wenn das weg ist, ist er wieder heil. Und solange er aber auch mehr Schmerzen hat, kann der anderen nicht helfen. Also wenn man jetzt die ursprüngliche Frage nochmal anguckt, muss ich selbst komplett geheilt sein, um andere heilen zu können. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Was ist mit all den, also keine Sorge, ich stelle nicht nur absurde Fragen. So, wird noch anders. Aber nochmal, einfach um das so richtig auf den Punkt zu bringen. Was ist mit all den psychischen Leiden, die es gibt? Wo man auch sagen kann, da ist jemand nicht heil. Da leitet jemand an was Psychisches. Der ist vielleicht körperlich gesund, aber der ist krank. In seinem Geist krank, wie auch immer. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel von der anderen Seite guckt, was ist mit dem Psychologen oder dem Psychotherapeuten, der anderen helfen kann, ihre Neurosen zu heilen, aber selbst an Nagelpilz leidet, was ist mit dem? Ja, wie macht der das? Du merkst, ja, nochmal so eine Frage, ich stelle viel Fragen heute, weil all diese Fragen, die beantworten natürlich irgendwo indirekt die ursprüngliche Frage. Oder das Ganze beantwortet sich von selbst, wenn man einfach, ja, sich das so, wenn man sich solche Fragen stellt, ja, denke ich zumindest. Aber schauen wir mal. So, und jetzt hat da jemand Interesse an einem schamanischen Training, wo man schamanische Heilarbeit lernen kann, also Geistheilung, ja, Energie, Energiearbeit. Und dann kommt eben bei manchen so die Idee auf, Moment mal, wie kann ich den anderen helfen, ein heileres Leben zu führen, wenn ich selbst noch kein perfekt heiles Leben habe? Also, ist das da nicht Betrug? Ist das da nicht vorgaukeln? Muss ich ja nicht leben, was ich predige oder wofür ich stehe? Irgendwo stimmt's, aber irgendwo auch nicht. Gucken wir mal noch weiter. Ich habe lange drüber nachgedacht, wo diese Bedenken denn herkommen, wo der Ursprung, wo die Ursache ist. Und weißt du, auf was ich gekommen bin, was da dahinter steckt? Da steckt, in der Regel, die Idee dahinter, dass man perfekt sein muss. Am besten eine immer leistungsfähige Maschine. Also da steht ein enorm hoher Selbstanspruch hintendran, bis zu perfekt. Ich muss perfekt sein und dann erst kann ich anderen helfen. So. Und darunter kann man auch leiden übrigens, ja. Und wenn man da nochmal weiter drunter guckt, dann steht da oft ein großer Selbstzweifel darunter. Ja, weil man an sich selbst zweifelt, probiert man es, das zu kompensieren mit einem hohen Selbstanspruch, ja. Dass man, ja, dass man irgendwie was hat, wo man an sich klammern kann. Und daraus wird dann so ein, ich muss perfekt sein, ja. Das ist wie die äußere, harte Hülle, immer leistungsfähig sein. Umgekehrt betrachtet bedeutet das, dass da, wenn das so ist, ist, dass da jemand glaubt, dass er kein Mensch sein darf mit Schwächen und Leiden, mit keinen Ups und Downs, ja. Aber vielleicht täusche ich mich, aber ich meine Mensch sein und hier am Leben sein bedeutet doch, durch Höhen und Tiefen gehen und daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Herausforderungen annehmen, die kommen und daran wachsen, ja. Und uns allen, uns gegenseitig helfen. So, das ist doch das Menschsein. Also auch, wenn man selbst Probleme hat oder irgendwelche Leiden, kann man anderen helfen, wenn man das kann, ja. Man muss davor nicht selbst all seine Probleme gelöst haben. Man muss ja auch eben bedenken, dass es im Leben immer wieder neue Herausforderungen gibt und vielleicht was neues Leid erzeugt. Es stirbt jemandem, den man geliebt hat. Da trauert man, da leidet man, ja. Und in der Phase kann man auch für andere da sein, anderen helfen oder seinen Beruf ausüben, was sich vielleicht mal auszahlt. Aber irgendwann, ja, kann sein, man trauert den Rest seines Lebens, aber man kann trotzdem, ja, anderen helfen. Und da werden wir auch älter, ja. Schaut. Immer wenn man den Weg bei einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Bereich etwas weitergegangen ist als jemand anderes, kann man anderen genau hierbei helfen. Das ist im Prinzip die Lösung des Ganzen, ja. Zum Beispiel einer, der besser Schach spielen kann als ein anderer, kann den anderen lehren, ja, der das halt noch nicht so gut kann. Das heißt aber nicht, dass dieser Schachlehrer unfehlbar ist und der beste Spieler der Welt sein muss und bleiben muss, ja, um anderen zu helfen, ihr Schachspiel zu optimieren. Was ist, wenn da ein Auftrag, der es besser kann, kann der da nicht mehr unterrichten? Ist auch absurd, ne? Ist Quatsch. Natürlich kann der unterrichten, nämlich denen, die es noch nicht so gut können. Bietet man jetzt schamanische Einzelsitzungen an, dann hat man natürlich eine große Verantwortung, ja. Wie ein Arzt auch, der hat eine große Verantwortung, ne? Je nachdem, wie, wo der arbeitet, kann sein, der macht einen kleinen Fehler und jemand stirbt. Jetzt in schamanischen Einzelsitzungen kann natürlich keiner sterben, wenn man Fehler macht, ja. Aber man muss auch hier eine gute Ausbildung haben. Man muss gute Techniken haben, klare Vorgehensweisen, eine gute Ethik, ja. Man muss sauber, achtsam, einfühlsam und verantwortungsbewusst arbeiten. Und man muss sich im Klaren sein, dass da jemand zu einem kommt, der vertraut einem, der öffnet sich, ja. Und dem muss man auch gerecht werden. Das heißt, man braucht auch eine, ja, eine gewisse Demut hier. Kurz gesagt, man muss sein schamanisches Handwerk draufhaben, ja. Und natürlich auch Kompetenzen, um Hilfe suchenden Menschen, ja, gerecht zu werden. Und es braucht hier in dem Bereich auch eine gewisse persönliche und spirituelle Entwicklung, die man durchlaufen haben muss, ne? Also quasi persönlich und spirituell an einem Punkt sein, wo man gut in der Lage ist, anderen auf ihrem Weg, ja, mit Demut und Achtsamkeit und Verantwortungsbewusst zu helfen, ja. Aber das heißt nicht, dass man selbst keine Probleme mehr haben darf oder komplett geheilt sein muss, was auch immer das heißt, was gar nicht so genau definierbar ist, ja. Bevor man anderen damit helfen kann, ja. Ich hoffe, ich konnte dich irgendwie inspirieren mit meinen Ausführungen. Ich hoffe, du bist nicht noch mehr verwirrt. Vielleicht war es auch ein bisschen lustig für dich. Und ich hoffe, die Frage ist irgendwie beantwortet und aufgeklärt. Würde mich freuen. Ich folge sehr gerne in meinem Podcast. Sehr gerne mit fünf Sternen bewerten. Und ja, dann danke, dass du mir zugehört hast. Und dann vielleicht bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.